Guten Abend miteinander. Heute haben wir Ihnen ein paar interessante Neuigkeiten, speziell für Sie, meine Damen. Die erste erzähle ich Ihnen gerade selber. Bei Coop gibt es jetzt eine neue, einzigartige Gesichtscreme. Einzigartig darum, weil Sie mit einer Creme Ihrer Haut alles geben können, was Sie braucht, nämlich vollkommene Pflege, Tag und Nacht. Diese Gesichtscreme heisst Combiance und ist von der renommierten Kosmetikfirma Elida. Combiance-Gesichtscreme ist wissenschaftlich so zusammengesetzt, dass sie genau die richtige Pflegefunktion erfüllt, die die Haut Tag und Nacht braucht. Combiance nährt, schützt und spendet Ihrer Haut die richtige Feuchtigkeit und zwar gleichzeitig rund um die Uhr. Die neue Combiance-Gesichtscreme bietet dank dieser echten Balsamwirkung vollkommene Pflege für Tag und Nacht. Und bei Coop gibt es jetzt Combiance zu einem günstigen Preis. Auch für Ihre Hautpflege unter der Sonne gibt es jetzt bei Coop bekannte Markenartikel und zwar auch zu günstigen Preisen. Die Sherpa-Tensing Sonnenmilch und die Nivea-Produkte. Von der Sonnencreme bis zu den April-Loschen nach dem Sonnenbad. Neue bei Coop sind die acht verführerischen Duftwasser. Da finden Sie Ihre persönliche Duftnote ganz bestimmt. Wählen Sie zwischen zwei erfrischenden oder Cologne und drei kostbaren oder Parfums. Alibi, Oriental, Galice. Oder drei anspruchsvolle Eau-Fraîche, Morningscape, Fable und Memory. Die Nämme sind vielversprechend und die Qualität ist hervorragend. Probieren Sie also bei Ihrem nächsten Einkauf die neue Duftwasser. Und wenn Sie Ihre passende Duftnote gefunden haben, dann staunen Sie gerade nochmal, nämlich über den Preis. Aber jetzt noch etwas von Frau zu Frau. Bei Coop gibt es jetzt etwas ganz Neuartiges auf dem Gebiet der Monatshygiene. Serena, die super dünne, selbsthaftende Binde. Schauen Sie, so flach und diskret. Denn Serena hat nur ein Drittel der bisherigen Bindedicke, ist aber genauso sicher und ist für alle Tage der Tage. Das weiche, neuartige Material ist enorm saugfähig, viel mehr als Watten oder Zellstoff. Darum ist Serena so sicher wie eine herkömmliche, normale Binde. Auf das haben wirklich viele Frauen gewartet. Eine Monatshygiene, die extrem komfortabel und extrem sicher ist. Serena gibt es jetzt bei Coop zu einem speziellen Einführungspreis. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Pack Schokop-Di-Boer statt 2,35 nur 1,80 Franken. Zwei Dosen Midi-Rösti statt 3 Franken nur 2,40 Franken. 14,50 Franken, tiefkühlt, ohne Geräte und paniert, statt 3,35 Franken nur 2,70 Franken. 150 Gramm Früchtequark kostet bei Coop statt 90 Franken nur 70 Franken. Die verschiedenen Dio von Coop, die Sie gerade sehen, und das Triopacken Frischungstücherchen sind jetzt bei Coop 50 Franken günstiger. Und als aktueller Preislager finden Sie bei Coop fünf paar Damenstrumpfosen Liss, Grösse 8,5 bis 10,5 für nur 4,50 Franken. Ein paar Kindersocken, Grösse 1 bis 12, für nur 1,80 Franken. Alle die Angebote gibt es ab morgen in allen Coopläden. Auf Wiedersehen.